Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 26.04.2021. Und unser DAX hat sich auf den Ball gehalten zum Freitag, er hat sein Niveau verteidigt. Und da darf durchaus mal der Frage im Raum gestellt werden, ob wir das jetzt als schwach oder als stark bewerten. Denn was mir besonders aufgefallen ist, dass zum Freitag-Nachmittagabend unheimlich viele richtig beeindruckt gewesen sind vom DAX, wie stark der doch gewesen ist und dass er dann jetzt wieder auf ein neues Allzeithoch springt und so viel Stärke und der würde ja gar nicht mehr fallen. Und diese ganze Diskussion mit Geldmengen und so, die sind dann sofort wieder ausverbrochen, wo ich dann schon ein bisschen, weiß nicht, die Augen gerunzelt habe in dem Moment, wo ich auf den Chart geguckt habe. Also ich meine, klar, wir haben über ein paar Sachen gesprochen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht sehen, dass er direkt an die 2.70 dran springt, weil ihm das Platz geben würde, über die 300 dann wieder drüber zu machen, wieder eine 3.35 zu erreichen, 3.50 und auch 400. Wir hatten darüber gesprochen, dass er unten raus eben entsprechende Chancen auch hätte, hier wieder so Bereiche um 15.150 anzulaufen, die 15.180, 15.110 und dann tiefer. Dass er das aber durchaus auch zum Montag noch machen könnte, dass es reichen würde, wenn er einfach nur zur Seite macht am Freitag. Und insbesondere, wenn er sich über den Vormittag zur Seite hampelt und unter 2.70 bleibt, dass er dann wahrscheinlich hinten raus nochmal einen Kickdown bekommt. Wenn wir das jetzt mal alles so gegenüberlegen, dann hat es, muss man ja so sagen, war nicht eindeutig. Also zu keiner Stelle war es eindeutig. Zum Nachmittag wurde es ein bisschen eindeutiger, als man sagen konnte, okay, war jetzt die ganze Zeit eigentlich im Vormittag noch seitwärts, so hat man es auch über unsere E-Mails kommuniziert, dass er jetzt eben runtergehen könnte bis 1.80, 1.50. Ich habe aber auch geschrieben, zu dem Zeitpunkt, das war eine Analyse so noch nicht absehbar, dass ich mir schon eher nur vorstellen könne, dass er an die 1.50 rangeht, einfach weil wenig Bewegung im Markt drin ist und dass es schon viel wäre, wenn wir die 1.50 bekommen heute noch. Die kam dann, natürlich dann in dem Moment mit ordentlich Dynamik, wo ich auch gesagt habe, okay, jetzt bekommt er seine Chance unten raus, aber die hat er nicht genommen. Hat nur die 1.50 gemacht und dann bis Tagesende sich hier wieder ein bisschen hochgezogen, um die 2.70 geschlossen, das war letztendlich die Entscheidungsmarke hoch und runter. Somit im Ergebnis, muss man ja sagen, eigentlich sogar eine rote Tageskerze geworden. Wenn ich das jetzt so sehe, hier war die Öffnung, hier war der Schluss, es ist eine rote Tageskerze geworden. Es war mit unheimlicher langer Lunte unten dran, aber es ist eine rote Tageskerze geworden und er hat halt oben raus auch nichts gemacht. Also auf dem Niveau, wo er öffnet ist, so viel höher ist er nicht gekommen. Er hat eher mehr nach unten gearbeitet, wurde zwar wieder hochgekauft, aber er hat eher mehr nach unten gearbeitet. Und auch wenn ich mal den Pfeil so angucke, den wir hier so seit Dienstag drin haben, oder war es schon seit Montag, was ist das hier gewesen, 21.20.20? Ja, dann haben wir schon Montag sogar den Pfeil reingemalt. Er ist ja da eigentlich sogar noch drin, ist noch nicht raus. Und das raus, das würde jetzt erst kommen, wenn er über die 15.340 abhaut. Ich glaube, wenn er über 15.340 geht, hätte er jetzt eine Chance, in die 4.10 bis 4.20 reinzuhauen. Deswegen würde ich hier vielleicht... Aber ich muss aufpassen, dass es jetzt nicht zu kleinteilig wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn der jetzt hier drüber haut, dass er dann hier oben noch reinrennt. Und dort dann gegebenenfalls auch erst mal wieder zurück macht. Und dann muss man hier gucken, das wird dann Knackpunktstelle. Wie viel Dynamik kann er dann aufbringen? Nach oben, bringt er dann genug Dynamik nach oben? Also das wird eine Knackpunktstelle. Ich glaube, das würde dann relativ sauber greifen. Von hier nach oben, klein nach Rückstoß hier in dem Bereich. Das würde gut klappen und dann müsste man hier schauen. Das wäre dann die Knackpunktstelle einer bullischen Route. Ist er bullisch, will er oben weiter raus. Hält er sich dann über dieses Niveau? Hält er sich über eine 13.335? Hält er sich über eine 13.350? Und dann kann er wieder hocharbeiten, neue Allzeithochs und so. Und dann bin ich auch dabei, dann sage ich sofort, okay, ist bullisch, ist stark. Keine Frage, sieht gut aus. Aber jetzt mich nur von einem Freitag positiv beeindrucken zu lassen, Läufnungsniveau zum Abend wieder erreicht wurde, ohne dass man hier, glaube ich, nicht mal ein neues Tageshoch noch mal reingekriegt hatte. Obwohl die ganze Woche eigentlich schon eher schwach war und wir vor allen Dingen zum Dienstag hin mal richtig Stress gesehen haben. Wir haben die ganzen Tage immer wieder darüber gesprochen, hier stehen noch Shorts bestimmt drin, die überrumpelt wurden, die überrascht wurden, vielleicht auch sogar hier Shorts drin, die überrascht wurden, Longs, Entschuldigung, Longs stehen hier drin, die überrascht wurden, als der Markt hier plötzlich nach unten abgehauen ist. Die hat er noch nicht so richtig wieder ins Geld gelassen. Also diejenigen, die sich da nicht auf der Stelle vielleicht drehen wollten, die sind dann nicht wieder am Geld. Und das hat schon noch ein bisschen Druckpotenzial. Wir haben unten ein neues, tieferes Tief bekommen. Also von daher bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Freitag nicht, also ich habe mich da jetzt nicht sonderlich beeindrucken lassen. Es ist definitiv unten ein nicht wahrgenommenes Potenzial gewesen, was er gemacht hat. Aber also ich will auch sehen, dass er oben was macht, um das auf einen Punkt zu bringen, auf einen Satz. Wenn er mir zeigen will, dass er stark ist, dann reicht es mir nicht, wenn er sich hier nur auf den Ball rumrollt, so, wie der Kollege hier. Dann will ich sehen, dass er da drauf steht und dass er dann noch springen kann und Gewichte stellen kann. Das heißt, ich will sehen, dass er hier oben liefert. Macht er das, bringt er das zum Montag über 3,25, dann wäre auch ich bereit, dort erstmal wieder kurz zurückzustellen, mich vielleicht auch für Longpositionen zu öffnen, gerade insbesondere, wenn hier so ein Rücklauf kommt. Aber das wird dann Knackpunktstelle. Schafft er auch das hier nicht zu verteidigen nach oben, dann kommt er von hier genauso wieder runter halt, ne? Weil man sieht schon, dass er runterzudeutig dynamischer war, wie er jetzt hochzuarbeitet. Also da kommt schon immer wieder Druck rein. Auch so eine Kerze, hier kommt immer wieder Druck rein halt, ne? So ganz safe ist er hier jetzt nicht. Er kämpft schon, man sieht es, er kämpft mit seinem Wendesignal, ne? Weil er selber noch nicht weiß, nimmt er das jetzt auf, baut er jetzt einen Abwärtstrend oder noch nicht? Und das entscheidet sich mit einem neueren Tief hier. Und ich glaube persönlich, wir bekommen Montag, Dienstag das Ding noch. Ich könnte mir das gut vorstellen. Am Montag vielleicht hier so ein bisschen rumeiert und sich dann aber nach unten arbeitet, ne? Und dann bis am Dienstag rein hier durchaus durchfällt. Und die Trigger, die bleiben alles so gültig. Alles, das hier unten, das bleibt alles so gültig. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo uns tatsächlich dann wieder unter eine 15100 abrutscht, hat er wieder Platz bis 15.030, 15.000. Da drunter bis 14.800, 14.750. Das ist auch aus dem Tagesschart noch genauso. Das sieht noch genauso aus. Der Rote, die ist noch genauso aktiv. Und wenn er Stärke beweisen will, dann reicht es mir nicht, wenn er sich unten raus stabilisiert bekommt. Ich will auch, dass er höhere Hochs reinstellt. Ein höheres Tief hätte er jetzt schon. Ne? Wenn man das letzte Tief betrachtet und das Tief, hätte er schon ein höheres Tief. Und dann müssten jetzt auch höhere Hochs kommen, die dann noch gekauft werden. Bringt er mir das, dann ist er Long. Dann können wir auch oberhalb von 3.50, geht dann sofort wieder alles auf Long-Mechanismus. Das heißt, oberhalb von 3.50 wechselt die Chartlage wieder auf positiv. Die Tendenz aufwärts. Long-Positionen werden gesucht. Richtung, 15.500 Richtung, 15.070 und eben dann noch mehr. Solange er dann da grüne Kerzen oben rausgeneriert. Aber solange das noch nicht ist, bin ich jetzt hier erst einmal noch ein bisschen vorsichtig, weil wir haben ein potenzielles Trendumkehrsignal mit dem Unterbieten dieser Tiefs hier. Dadurch haben wir ein potenzielles Trendumkehrsignal. Und es ist in meinen Augen nicht besonders stark, was wir die letzte Woche gesehen haben. Auch wenn sich ganz viele von dem Freitag von den letzten 3-4 Stunden dort blenden lassen haben, ist es nicht sonderlich stark gewesen, was er in der letzten Woche präsentiert hat. Wenn wir gucken, wo er reingekommen ist. Hier hat die letzte Woche begonnen und hier hat sie aufgehört. War nicht viel im Wochenplus gewesen. Also, ja, von daher, ich blicke noch ein bisschen nach unten, gucke mir das an. Ich muss aber auch glanzklar hier oben eine Reißleine ziehen, an der ich sage, dort stelle ich persönlich erst einmal Short wieder ein bisschen zurück. Bis ich wieder eklatante Schwäche sehe, weil ich unterstellen würde, hier gibt die Chartlage erst einmal wieder Vorrang oben. Und mehr brauche ich euch eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Das ist jetzt erst einmal mein Blick. Wie gesagt, den Freitag, ich habe es gesehen, sind ganz, ganz, ganz viele am Abend unheimlich auf dem Leim gegangen. Und haben sich von einer vermeintlichen Stärke ganz schön, ich will nicht sagen, blenden lassen. Aber sie haben meiner Meinung nach etwas zu viel reininterpretiert in das, was sie da gesehen haben. Vielleicht war die Erwartungshaltung zu hoch, dass er runden raus jetzt 1000 Punkte am Stück fällt. Ich weiß es nicht. Aber das, was die Leute so widergespiegelt haben und empfunden haben, finde ich, deckt sich nicht mit der Chartlage. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und springe ich sofort an. Und das kennt ihr auch von mir, spreche ich das immer wieder an, damit auch ihr eben das mit so eurem Vorteil nutzen könnt. Und das wäre für mich jetzt ganz klar, wenn er jetzt nach unten Schwäche zeigt. Und die Leute sagen sich, Mensch, da war der Freitag so stark. Ich suche mir jetzt Long. Und dann hacken die hier alle dagegen und dann kommt er unten richtig raus lang. Wo ich aber sage, Leute, Vorsicht, wenn er unten rauskommt, lasst ihn lieber ein bisschen Leine halt. Er hat unten raus schon ein gewisses Potenzial halt. Und hier oben ist für mich wichtig, werden die Kerzen gekauft, werden die neuen hochgekauft. Auch wenn da rote Kerzen hier oben reinkommen, dann geht er hier genau runter. Dann macht er sich lang. Und deswegen, glaube ich, ist das Risikomontag eher unten. Wir haben ja eine rote Wochenkerze nun auch im Chart von letzter Woche. Und würde mit der Aussage letztendlich auch das Video schließen. Alles, was hier eben drüber geht, kritisch würdigen, wird aber zunehmend dann positiver. Aber drunter noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, es hilft euch. Bringt euch ein Stückchen weiter. Bringt vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick mit rein. Ich habe das gemerkt, dass da manche ganz schön, ganz schön, naja, sich so ein bisschen emotional auf das Spiel einlassen. Und das ist halt immer nicht so gut. Man muss schon versuchen, irgendwo neutral ein bisschen das zu werten, was man sieht. Und er ist momentan weitestgehend, der routet, wie wir es erwartet haben halt. Der ist da noch nicht raus. Und von daher würde ich ihn noch nicht zu früh als zu stark bezeichnen. Weil das ist für mich noch nicht stark. Das ist für mich noch nicht stark, wenn er bloß einen Abklatscher nach unten. Der kann auch noch die nächsten drei Abklatscher nach unten wieder hochkaufen. Wenn der vierte unten rausfällt, hat er nichts gekonnt. Der muss nach oben Stärke zeigen. Der muss die ganzen, ganzen, ganzen Shorts wegdrücken. Jungs, ich mache damit zu. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg. Und wir hören uns bis dann, ja, morgen wieder. Bis dahin, tschö.